Und damit wieder herzlich willkommen zu Just Cause 3. Ich habe jetzt gemerkt, in den letzten paar Videos war der Sound ein bisschen sehr leise ingame. Deswegen habe ich ihn jetzt wieder ein bisschen hochgeschraubt und hoffe, man hört mich trotzdem noch weiterhin gut. Wenn nicht, würde es im nächsten Teil wieder besser kommen. Ich jetzt natürlich ein bisschen mir anhören und dann umgucken und umändern, wie auch immer. Also, wenn ihr mich diese Folge nicht so gut hören solltet, dann tut es mir leid. In der nächsten Folge wird es ja besser sein. So, wo sind wir denn? Warte mal. Warte mal. Rico, du musst die Provinz Vaya befreien. Aber, aber. Oh Gott sei Dank, ich dachte jetzt so. Provinz Vaya, ja, also muss ich das hier kaputt machen. Oh Jesus, okay. Wegpunkt. Gibt es hier irgendwie sowas wie. Nee. Kann irgendwie. Ah, Rebellenabwurf. Ja genau, da war ja irgendwie was so in der Art. Spezial. Nee. Flugzeug. Helikopter. Ich überlege jetzt, ob ich nur ein Heli hole. Nee. Meine Waffe ist, glaube ich, voll gewesen. Freien musst du alle Städte, Vorposten und Stützpunkte dort befreien. Das einzige, was dir in Vaya noch fehlt, ist Viselektra. Oh Gott. Zerstöre die Stützpunkte und dann sieh zu, dass du verschwindest. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Mann, ich bin echt bescheuert. Und dann machen wir es jetzt so. So, gucken wir mal ein bisschen. Hier ist niemand. Nö. Hier ist niemand. Also machen wir das mal daran und kaputt. Okay, wenn wir so, das geht sowieso gleich kaputt. Gut. Ja. Aber das muss auch mal kaputt gehen. Mach mal so nah hin. Na los. Komm schon. Du explodierst mir auch mal. Geht doch. Und gleich. Nice. So, Teil 1 haben wir. Jetzt kommen wir hin schon, wenn die... Was? Was? Ähm. Okay. Hat er sich jetzt selbst umgebracht oder was? Wir gehen mal wieder raus. Wir machen das immer schön von außen. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Ach, scheiße. Schön, wie diese Benzin-Tanks explodieren, Rico. Ups. Ja, oder? Von mir hier auch geil. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Und was ist jetzt mit dem Benzin hier, Penner? Alles. Ziel ist ja schon ran. Und... Das Ding ist nicht kaputt. Geil. Ich kann nicht über Wände springen. Mensch. Was? Wie kaputt? No. Was? Wo denn? Noch einmal. Geht doch. Ganz schön. Ja. Rico, zerstöre die Satellitenschüsseln. Ja. Spannend. Das ist ja eben spannend, ja. Kommuniziert jetzt mal, ihr Mistkerle. Ja, komm schon. Was soll denn das? Das ist eh kaputt. Los. Das ging jetzt echt nicht kaputt. So. Was geht denn hier weg? Die Turbine ist mit Sprengtüren gesichert. Du musst sie öffnen. Da muss irgendwo ein Schalter sein. Nichts mit Schalter. Geht doch mit Schalter. Was ist denn hier noch einer? Ich will diese... Geht doch. Na los. Äh, was? Nein. Das habe ich jetzt nicht anvisiert, glaube ich. Das da habe ich genommen. Das soll daran sein. Oder auch nicht. Jetzt ein Schalter. Der hier. Nö. Dann gibt es zwar Waffen. Ich hole mir die ganz kurz. Oh. So. Ich glaube, mein Ding ist sowieso voll. Oh, yo. Also brauche ich nichts holen. Du Scheiße. Steh auf. Steh auf. Oh, weg hier. Oh. Hier war ja noch einer. Ah. Kopf hoch. Wo ist hier der Sniper? So. Hekt mit dir. Okay, wir sollen jetzt, äh, das dann auch kaputt machen. Geht's bitte weg. Geht's bitte weg. Äh. Das Ding ist wieder gut auch gleich. Raus da und feuer frei. Das ist wie ein getarnte... Ah. Der nächste bitte. Ups. Die werden eigentlich auch übernehmen. Oh, Gottes Willen. Okay, das war jetzt nicht schlecht. Oh, Gott. Das ist ja weg. Nein. Na, was? Ähm, ja, okay, so geht's auch. Was? Wo denn? Ah. Deaktivieren. Oh, runter hier. Und jetzt Nummer zwei, bevor das System zurückgesetzt wird. Zwei. Sehr gut. Jetzt ist die Turbine verwundbar. Oh, wusch. Was ist denn jetzt auf der Turbine? Ah. Wie, ich hab ihn nicht kaputt gemacht. Was? Ich hab ihn nicht kaputt gemacht. Oh Gott Nein, 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 komm hier runter, Jesus Christ, dann willst du das denn was parentiern is with them, yes, 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 ah so I'll allow them to come Wilhelm Was ist das denn? Was zur Hölle war das? Geh weg! Ok Na los, los, los! Zack, Miner! Geh weg! So, das ist doch die Hölle! Die ist auch weg! Oh Mann, oh Mann! Jag die Transformatoren hoch! Streu samt des Getriebe der Stromversorgung der Armee! Das ist die zentrale elektrische Einheit! Das Ding ist cool, sicher, aber garantiert nicht explosionsfest! Aua! F! F! Stimmt, das F war das! F! 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 So, von was muss ich kaputt machen? Was ist das? Wass muss ich nicht kaputt machen? Ich würd mal sagen, es ist in der Mitte bestanden. Geh weg! Ah, die Bühne, ja. Da fließt was. Da hin Da hin Und dann sind wir fertig Wieder ein Schritt Richtung Freiheit Viva la revolution Ich kann nicht mehr reden Viva la revolution Leiterste Leuchtturm Explosion Neue Herausforderung freigeschaltet Neue Herausforderung und was? Cyrosa Sprint Helikopter Wahnsinn Oh, frei Das war witzig Wo machen wir weiter? Das war witzig Machen wir weiter Ich hätte wissen müssen, dass du überlebst Was brauchst du? Ja, du hast Diravell und Flo ins Ohr gesetzt Und Costa del Porto wird in Kürze die volle Wucht seiner Enttäuschung zu spüren bekommen Ich dachte, das interessiert Dich und Deinen Kumpel vielleicht Danke, Sheldon Mario, bist Du da? Ich hab's gehört Wir treffen uns vor der Stadt Und das machen wir beim nächsten Mal Bis dann